Die Gartenzeit in Wolfsegg hat einen beeindruckenden Start hingelegt. Innerhalb von nur zehn Tagen konnten bereits 10.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden. Dieser Ansturm bestätigt den Erfolg des neuen Gartenschauformats Kartenzeit und die Neugierde der Menschen auf die bunte Vielfalt, die in diesen 100 Tagen präsentiert wird. Das gesetzte Ziel, insgesamt rund 50.000 Besucherinnen und Besucher anzulocken, scheint bereits jetzt in greifbare Nähe zu rücken. Landesrätin Michele Langer-Wenninger zeigt sich begeistert über den Erfolg der Gartenzeit und betont, der Grund für diesen Erfolg liegt in dem breiten und bunten Programm, das den Gästen laufend geboten wird. Von inspirierenden Lesungen über Konzerte bis hin zu unterhaltsamen Kabarets bietet die Gartenzeit unter dem Motto Hang zur Vielfalt eine breite Palette an Erlebnissen für die ganze Familie.